also irgendwas ist da falsch cool scheiße nix cool jetzt muss ich drüber springen also so ungefähr so und so ein die weg okay ja 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 so ähm kohle feierblume war irgendwie klar also ich hab mich letztens daran gewöhnt aber da wie soll ich da hochkommen ich hab schon so ein vorhang irgendwie so ich muss ihn wieder fliehen also ich muss dazu nehmen da drauf springen das ist die lösung freunde gut das hab ich schon mal gelöst ok seht ihr jetzt ist der block da oder warte aber auch schon oh nein 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 hallo die brechen durch die geht nicht runter die wolke macht mich auch kaputt ich bin minus 14 leben ist euch das nicht genommen fail fail epic fail nein was ist das für ein mörderspiel ich glaub in dem spiel haben sie schon welche umgebracht weg was zur hölle was der hell also ok ich muss das so machen dann so und das ist ja ein hammer mäßiges spiel voll geil also ich muss das so machen dann so dann von den sternen abhauen die sternen springen dann da rein ich mach so ja bonus geil cool cool ho 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 lol hehehe 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 eine frisse das spiel lustig nein wow ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft nein aus der mindest 81 Leben ist hier nichts Schlimmes ich hab's geschafft ich hab die 100 noch Haaaaaaaaaaaaaaah derocide-疾 Danke dass du mich getroffen hastlà расп-gan's Steinbeckermeyer oder wie auch mal heißt Ach gewetten so erst mal so aufmachen dann so so dann muss man irgendwie so nein da darf man nicht drauf kommen nicht nicht gemerkt nicht nein ich hatte ganz vergessen ich will sterben nein ich bin sofort drunter kommen wer dumm wird sich alles aufsammelt wird erinnert mich an mario ihr werdet dürfte die mission in der mission musik nicht hören weil ich mit camtasia oder in ein sternen rennen rein aufnehmen gemachtes leben minus ich frage mich wie viele minuten ist gerade aufnehmen ich gucke nicht auf die uhr schneiden wieder also so nicht aber so aber sowas von weg das ist irgendwie so voll 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 assihaft nein nein ich hoffe das bringt mich jetzt nicht um 9 jetzt machen franz warum das ist was hat die witzensilte wolke da dieses kätzchen ist hier so weiß wie pikachu pikachu nenn ich dich jetzt und mich denn ich bin voll idiot dada 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 boah ich wirst save states benutzen um 28 leben ich nehme bestimmt schon eine halbe stunde ach das ist bestimmt für euch spannend schneiden werde ich extra nicht Egal, was er jetzt sagt, schneiden werde ich nicht. Ihr solltet sehen, wie ich feile. Nein! Ich mach das nicht auf. Ich mach das nicht auf. Die Hälfte hab ich. Ich hab die Hälfte. Wo bist du denn? Kann ich auf dich drauf springen? Der wirft mich, der Spinner. Ich will auf dich drauf springen, der wirft mich. Spinner. Okay, ich spinne irgendwie so rüber. Und so. Das ist bestimmt ein invisible Block, nee. Ähm, also auf den darf ich noch drauf springen, auf den, wie soll ich das machen? Ah, ich weiß, glaub ich schon. Irgendwie. Komm mir runter. Ja, komm. Gern, Pizzi-Bärchen. Genau so. Muhahaha. Ich bin toll. Wirst du denn? Franz, du Schwein. Ich nenne mich auf jeden Fall Franz. König Franz von Heinz. Jeden gebe ich jetzt den Namen, der mich besiegt. Ja. Was, wenn mich ein Block kaputt macht, der nenne ich dann, ähm... Sie nehmen die... ...Wetif! Fluggi fluggi flackger oder nicht... Ja, fluggi flicke flackger. Fluggi fluggger. Fluggi fluggra flackger. Äh, wie hab ich das nochmal... ...genannt? Ne, die hab ich noch gar nicht ...genannt? was mir dann gar nicht kaputt machen nachher wie soll ich das machen ja könig franz 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 das schneidig raus ich bin böse ihr dürft nicht alles sehen bzw ihr habt ja ein schlimmes gesehen dass wir immer drin obwohl ich meine ich raus ne also ich weiß nicht wo ich für selbst setzen wie soll ich das machen bitteschön ich weiß ich bin so option dann geh schon durch so macht statt ich bin toll ich bin können konik konik ist der konik lego ein hallo hallo wenn ich da wenn ich weiß was was ich weiß wie ich das mache glaube ich ach ich schwitze hier den arsch ab ich bin doch bote ich bin bose bose ne ne darauf hilft man so blöd ne 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 ne